In dieser Episode stelle ich Dir 5 meiner Lieblings-Schlank-Rezepte zum Mitnehmen vor. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, ich denke, Du kennst das auch, je stressiger der Büroalltag, desto ungesünder wird das Essen im Büro. Wenn Du Glück hast, gibt es eine gute Kantine und wenn nicht, läufst Du vielleicht öfter zum Imbiss um die Ecke, als Dir lieb ist. Und das ist genau diese klassische Falle, in die Du tappen kannst, wenn Du nicht gut vorbereitet bist. Schauen wir also, was Du tun kannst, um Dein Abnehmziel auch im stressigen Büroalltag nicht aus den Augen zu verlieren. In meinem ersten Leben saß ich tatsächlich auch den ganzen Tag im Büro. Es gab eine winzig kleine Teeküche mit Kühlschrank und Spülbecken und das war es dann auch schon. Und um die Ecke gab es jede Menge Bäckereien, Pommesboden, Dönerboden, ja auch einige Restaurants mit Mittagstisch, doch dafür war die Zeit dann einfach zu kurz. Deshalb weiß ich nur zu gut, dass eine gesunde Schlankverpflegung im Büro eine Herausforderung sein kann. Denn auf der einen Seite willst Du Dich gesund ernähren und vielleicht auch das eine oder andere Kilo abnehmen. Auf der anderen Seite hast Du wenig Zeit, um Dir etwas Leckeres zuzubereiten. Und in vielen Büros gibt es ja nun nicht mal eine kleine Teeküche. Und wenn Du dann schlecht vorbereitet bist, ist der Griff zu weniger nahrhaften Snacks, Fertiggerichten, dem Brötchen vom Bäcker oder der Currywurst vom Imbiss nebenan sehr verlockend. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass vorbereitete, leckere, sättigende Mahlzeiten zum Mitnehmen die Lösung sind, also nährstoffreiche Alternativen Dir Dir einen Energieschub geben, statt Dich ins Suppenkoma zu schicken. Deshalb möchte ich Dir in dieser Quick-Tipp-Episode fünf meiner liebsten Bürogerichte vorstellen, die ich früher oft dabei hatte und die sich dadurch auszeichnen, dass sie schnell und mit wenig Zutaten zubereitet werden können. Tatsächlich bereite ich mir meine Tipps, die ich Dir hier heute gebe, auch in meinem heutigen Homeoffice-Alltag sehr gerne immer wieder zu. Kurzer Hinweis, Du findest die Zutaten und die Zubereitungstipps, die ich Dir jetzt hier erzähle, natürlich auf der Beitragsseite zu dieser Episode, beziehungsweise auf meiner Website daniela-schumacher.de. Du kannst Dich jetzt also ganz gemütig zurücklehnen und zuhören und Dir erklären lassen, wie ich die einzelnen Gerichte rucki-zucki zubereite. Ich gebe Dir in dieser Episode auch noch den einen oder anderen Tipp am Rande, den ich jetzt nicht im Beitrag zu dieser Episode aufgeführt habe, aber die wichtigsten Tipps, nämlich die Zutaten und die Zubereitung, die findest Du auf jeden Fall dort. Okay, starten wir mit einem Klassiker, einem Salat. Salate kann man tatsächlich auch so zubereiten, dass sie gut sättigen und dafür ist es wichtig, dass da eine Fett- und oder Eiweißquelle mit dabei ist. Und ich habe hier heute für Dich den Avocado-Thunfisch-Salat. Wenn Du Vegetarierin bist, dann kannst Du statt Thunfisch Feta-Käse nutzen oder als Veganerin Tempeh. Eine kleine Geschichte dazu, als mein Mann noch im Büro gearbeitet hat, er ist seit Mai 2020 tatsächlich größtenteils im Homeoffice, hat er sich auch jeden Tag zu all den anderen Dingen, die er sich noch mitgenommen hat, auch einen Salat vorbereitet, schon zu Hause. Auf die Zubereitung komme ich jetzt gleich noch, aber was lustig ist an der Geschichte, er hat am Anfang in dieser kleinen Panty-Küche in der Firma, in der er arbeitet, gestanden und sich seine Zutaten für den Salat in eine Schüssel gepackt, hat noch das eine oder andere dazu geschnibbelt, hat da noch ein Dressing drüber gepackt. Er hat sein Essig und Öl immer in der Küche stehen gehabt, um sich ein Dressing zu machen, auch Salz und Pfeffer und solche Sachen. Und am Anfang stand er noch ganz alleine in dieser Panty-Küche und seine Kollegen sind brav in die Kantine gegangen. Und ja, dann kam der erste Kollege dazu und hat sich mit ihm zusammen seinen Salat für die Mittagspause zubereitet. Und zum Schluss standen sie dort mit vier Mitarbeitern in dieser kleinen Küche und haben sich ihren Salat zubereitet. Also vier Mitarbeiter, die eben nicht mehr in die Kantine gegangen sind, sondern dafür gesorgt haben, dass sie sich da einen super leckeren, sättigenden Salat zubereitet haben. Und das Beispiel, das ich dir heute geben möchte, besteht aus recht wenigen Zutaten, nämlich eine reife Avocado und eine Dose Thunfisch im eigenen Saft. Du hast hier also das Fett aus der Avocado, das Eiweiß aus dem Thunfisch oder aus dem Feta-Käse oder aus dem Tempeh. Und als weitere Zutaten Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Das kann es schon gewesen sein. Du kannst aber auch noch rote Zwiebeln oder Schnittlauch drunter mengen. Und du kannst natürlich auch immer ein bisschen Blattsalat darunter mixen. Und von der Zubereitung sieht es jetzt so aus, dass du dir die Avocado und eine Dose Thunfisch zum Beispiel im eigenen Saft schnappst. Das gute Olivenöl kannst du ja später selbst drüber kippen. In den gekauften Dosen Thunfisch mit dem Olivenöl da drin weiß man nie, welche Qualität hat dieses Olivenöl denn jetzt. Deshalb nehme ich gerne Thunfisch im eigenen Saft und kipp mir mein eigenes Olivenöl darüber. Die Avocado wird halbiert, der Kern wird entfernt. Das Fruchtfleisch kannst du in eine Schüssel geben, mit einer Gabel ein bisschen zerdrücken. Der Zitronensaft, den du darüber träufelst, sorgt übrigens auch dafür, dass die Avocado jetzt nicht so schnell braun wird. Den Thunfisch abtropfen lassen, unterheben. Das Ganze mit Salz, Pfeffer abschmecken und ja, wenn du magst, halt noch rote Zwiebelringe oder Schnittlauch dazugeben. Und im Prinzip kannst du dazu jetzt auch noch Gemüse geben, was weg muss, was noch im Kühlschrank rumfliegt. Oder wie gesagt, ein bisschen Blattsalat darunter mischen. So und das packst du dir jetzt in eine Schüssel und nimmst das mit. Was du natürlich tun kannst, wenn da jetzt noch Blattsalate dazwischen sind, dass du den Salat erst dann würdest, wenn du im Büro bist mit Essig und Öl. Gut, dann als zweiter Vorschlag ein cremiger Beerenquark, auch super schnell zubereitet. Du nimmst dir ein Päckchen Quark und ich empfehle hier die Vollfettstufe. Also bei mir kauft niemand Magerquark, denn wir brauchen die guten Fette aus unterschiedlichen Gründen. Das haben wir hier im Podcast ja schon ganz oft besprochen. Du nimmst dir eine Handvoll Beeren, das können frische Beeren sein oder auch gefrorene Beeren sein. Und dazu noch Nüsse nach Wahl, auch wieder Zitronensaft und du kannst dann noch geschroteten Leinsamen drunter mixen. Dann hast du noch ein bisschen Crunch und tust auch was für deine Verdauung. Von der Zubereitung Quark, Zitronensaft, Leinsamen verrühren und in eine verschließbare Dose geben. Die Beeren kannst du jetzt schon unterrühren und wenn du gefrorene Beeren nimmst, kannst du sie morgens gefroren zum Quark geben, denn die sind bis zur Mittagspause locker aufgetaut. Die Nüsse kannst du grob hacken oder einfach im Ganzen darüber geben. Und wenn du es sehr knackig magst, dann packst du halt die Nüsse morgens separat ein und streust sie erst kurz, bevor du den Quark isst. Darüber, der cremige Beerenquark macht super satt, weil du hast hier das Fett und das Eiweiß im Quark und was ja auch immer ein sättigendes Gefühl gibt, sind die Geschmäcker in einer Mahlzeit. Ja, du hast hier die Geschmäcker von den Beeren, vom Zitronensaft, von den Nüssen, die Nüsse auch nochmal eine gute Eiweißfettquelle. Also dieser Quark macht dich garantiert richtig schön satt. Mein nächster Vorschlag ist der Pink Smoothie. Hier auch eine kleine Geschichte dazu. Ich bin früher, wenn ich unterwegs war auf Fortbildungen, in Webinaren, Seminaren, die offline stattfanden früher noch, immer mit meiner Smoothie Flasche aufgetaucht. Also die hatte ich immer dabei, weil ich mit meinem Smoothie genau wusste, da ist jetzt alles drin, was ich brauche. Den habe ich immer in petto, wenn ich hier jetzt keine vernünftige Nahrung finde, wenn es da nur Teilchen gibt in der Pause, dann habe ich hier meinen Smoothie, den ich mir dann auch immer gekühlt habe. Entweder habe ich mir sofort einen Kühlschrank gesucht dort, wo ich war oder ich hatte auch oft eine kleine Mini-Kühltasche dabei, wo so ein Kühlelement reinpasste und da war mein Smoothie drin. Und damit war ich immer versorgt und tatsächlich war ich jahrelang mit meiner Smoothie-Pulle unterwegs, auch im Büro. So und ein Beispiel für die Zutatenliste, hier auch wieder eine Avocado, rote Beete. Die rote Beete gibt jetzt den pinken Farbton in den Smoothie rein. Wir holen rote Beete frisch vom Markt, packen sie so wie sie sind auf ein Backblech und backen die rote Beete bei, ich sag mal, 160 Grad ungefähr eine Stunde, je nachdem wie groß sie sind, bis sie butterweich sind. Und ich kann dir versichern, rote Beete im Backofen gebacken, ohne groß was damit zu machen, also wirklich einfach ungeschält vom Markt aufs Backblech in den Backofen schmeckt zuckersüß. Wenn du sie dann aus dem Ofen holst, abgekühlt hast, dann kannst du sie natürlich auch super leicht schälen. So, du nimmst also die Avocado, rote Beete, Salatgurke, einen Apfel, ein Stück Obst gibt immer so ein bisschen Süße auch. Du kannst hier auch wieder Leinsamen geschrotet reingeben, ein bisschen Ingwer reingeben. Ingwer als eine der entzündungshemmendsten Pflanzen der Welt. Immer gut, wenn man den irgendwo unterschiebt. Du kannst noch ungesüßte Mandelmilch dazu geben und ja, das packst einfach alle Zutaten in einen leistungsstarken Mixer. Und mein Tipp ist, gebe zum Schluss noch Eiswürfel darunter. Also du hast alles gemixt, gebe zum Schluss noch Eiswürfel da rein, mix nochmal durch, weil du dann einen schönen eiskalten Smoothie hast. Und die schmecken einfach besser, wenn sie eiskalt sind, finde ich zumindest. Gib das alles in eine auslaufsichere Flasche. Ich habe mir damals eine Flasche im Outdoor-Laden gekauft und lagere den Smoothie kühl. Wie gesagt, du kannst dir eine Mini-Kühltasche für relativ wenig Geld besorgen. Ja, das war meine Idee zu einem Pink-Smoothie. Kommen wir zu einem Müsli, das aus Kernen und Samen besteht. Die Zutatenliste findest du, ja wie gesagt, auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Also das Müsli besteht aus Leinsamen, Sonnenblumenkernen, Kürbiskernen, Hanfsamen. Und hier kannst du natürlich auch noch variieren. Es gibt ja vielleicht noch andere Kerne, die du gerne isst und andere Samen, die du gerne magst. Du kannst noch einen Esslöffel echten Kakao dazugeben, einen Teelöffel Zimt. Zimt ist auch eines der entzündungshemmendsten Gewürze der Welt. Das Ganze mit Wasser übergießen und bis zur Mittagspause quellen lassen. Also du gibst es in ein Gefäß, das du auch wieder gut verschließen kannst. Kippst da schon mal Wasser drüber. Und bis zur Mittagspause ist das Ganze dann schön gequollen. Und im Büro kannst du dann noch ein Stück Obst darüber schnibbeln. Eine Orange, eine Birne, einen Apfel und ein paar Nüsse, zum Beispiel Walnüsse, Paranüsse, Haselnüsse oder Mandeln darüber geben. Und hast jetzt auch wieder eine sehr sättigende Mahlzeit, weil du findest gute Fette in den Kürbiskernen, in den Hanfsamen, in den Leinsamen, in den Sonnenblumenkernen. Überall finden sich gute Fette und über die Nüsse, die du darüber gibst, gibt es eine gute Portion Eiweiß. Beides sättigt wieder sehr gut und ist auch eine sehr leichte Mahlzeit, die dir nicht schwer im Magen liegt. Mein fünfter Tipp ist ein Schokoaufstrich mit Walnussbrot. Das erkläre ich dir jetzt nicht, denn diese beiden Rezepte gibt es bereits auf meiner Website. Dafür müsste ich jetzt auch ein bisschen ausholen, ist aber beides schnell gemacht. Das Walnussbrot kannst du dir backen und dann zum Beispiel auch scheibenweise einfrieren und immer dann mitnehmen, wenn du Lust auf Brot im Büro hast. Beide Rezepte zu dem Walnussbrot und zu dem super leckeren Schokoaufstrich verlinke ich dir im Beitrag zu dieser Episode. Ich habe noch einen Tipp für dich und da geht es um das Thema die Kunst der Resteverwertung, Essen vom Vortag. Nehmen wir an, du hattest gestern Abend eine köstliche Gemüsepfanne mit Hühnchen. Und statt den verbliebenen Rest im Kühlschrank zu lassen, verwandelst du ihn in ein Mittagessen für den nächsten Tag. Und hier gebe ich dir noch ein paar Tipps dazu. Einige Gerichte können kalt als Salat neu interpretiert werden sozusagen. Die Gemüsepfanne könnte mit einem Schuss Olivenöl und Balsamico zu einem mediterranen Salat umfunktioniert werden. Mein Tipp ist, dass du dir die Büromahlzeit am Abend zuvor schon packst, also die Reste des Essens in eine Dose packst. Dann musst du sie morgens nur noch aus dem Kühlschrank nehmen. Und du könntest jetzt zum Beispiel mit frischen Zutaten ersetzen. Das heißt, du packst dieser Gemüsepfanne jetzt noch ein bisschen Grünzeug dazu, zum Beispiel frischen Salat oder Rucola. Du kannst mit Eiweiß und guten Fetten ergänzen. Das heißt, du packst dir da vielleicht ein hartgekochtes Ei drauf oder Hülsenfrüchte, die du da durchmixt. Oder du gibst nochmal ordentlich Olivenöl darüber. Mein Tipp ist ja immer das Jordan-Olivenöl. Jordan wie der Fluss. Ein super leckeres Olivenöl, das all die Zertifikate auch aufweist, die es braucht, um zu beweisen, dass es auch wirklich ein gutes Olivenöl ist. Ich habe das also wirklich sehr gut recherchiert. So, und du kannst natürlich diese Gemüsepfanne jetzt auch noch mit Nüssen und Samen ergänzen. Ja, das heißt, wenn du jetzt da noch ein bisschen Crunch reinbringen wirst oder auch sättigende Komponenten, hast du natürlich auch mit den hartgekochten Eiern. Du kannst aber auch einfach ein paar Nüsse und Samen darüber geben. Und wie gesagt, du findest alle Rezepte und die Beschreibung dazu auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Und wenn du schon mal auf meiner Website bist, dann lade dir doch auch gleich den Ist-sich-glücklich-Einkaufs-Guide runter, in dem ich dir ebenfalls richtig gute Ideen für gesunde Schlankmahlzeiten an die Hand gebe. Okay, ich hoffe, ich habe dir mit dieser Episode ein paar Impulse gegeben, ein paar Tipps gegeben, ein paar Ideen gegeben, die du ja auch noch ohne Ende abwandeln kannst. Und bevor ich jetzt vergesse, falls du hier Unterstützung brauchst, falls du Unterstützung beim Abnehmen brauchst, falls du dir einen Coach an deiner Seite wünschst, falls du dir mich als deinen Abnehmen-Coach an deiner Seite wünschst, ich vergebe aktuell noch Plätze für das VIPU Premium Einzelcoaching für einen Start im April. Du wirst es ja schon mitbekommen haben, dass ich da immer nur wenige Plätze vergebe. Wenn du also Lust drauf hast, im Sommer bereits ein bis zwei Kleidergrößen weniger zu tragen, melde dich sehr gern bei mir. Den Link zum VIPU Premium Einzelcoaching findest du auch hier in den Shownotes, auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website daniela-schumacher.de. Okay, das war es für diese Episode. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, isst dich glücklich, deine Daniele. Ich wünsche dir jetzt noch etwas ab, bleib gesund, ist so Gold. Ich wünsche dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, ist es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, was ich im Ende zum nächsten Mal. Ich wünsche dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, ist's vierhaltig, deine Daniele. Untertitelung des ZDF, 2020